Als Pflegefachkraft nach dem Renteneintritt haben Sie bei uns im SAT-Programm die Möglichkeit, zu attraktiven Bedingungen weiterzuarbeiten. Am Asklepius-Klinikum in Harburg haben Sie im Senior-Team die Möglichkeit, nach dem Renteneintritt einer Weiterbeschäftigung. Sie dürfen selbstständig Ihre Arbeitszeiten bestimmen, als auch Ihre Tätigkeitsfelder und Einsatzorte. Wir haben am Asklepius-Klinikum in Harburg erkannt, dass Kollegen einen smarten Übergang in die Rente haben möchten. Und genau das bietet das Senior-Team Modul 5 SAT. Hier können Sie weiter Ihr Know-how einbringen, Sie sind in den Teams eingebunden und wir haben Ihre Expertise noch am Standort. Unsere Führungskräfte am AK Harburg sind im regelmäßigen Austausch mit älteren Pflegekräften. Wir schauen nach den Wünschen und Bedürfnissen, wie könnte die Arbeitswelt nach der Rente aussehen bei uns am Klinikum. Wir eröffnen verschiedene Möglichkeiten, Tätigkeitsfelder, Einsatzorte. Und wir sind ganz klar fokussiert, dass die älteren Kollegen dann nach dem Renteneintritt ihre flexible Arbeitszeit wünschen dürfen, als auch die Einsatzorte und die Tätigkeitsfelder. Wir schauen nach körperlichen Bedürfnissen, nach persönlichen Bedürfnissen. Das ist uns wirklich auch, das ist uns unterm Strich eine Herzensangelegenheit. Und dann zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.